Schau, die haben um die Bäume gestern. Das geht nicht so gern. 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 Aber da könnt ihr dem vielleicht einen Apfel geben. Ich schneide den Gursch. Guck mal, hier liegen 5 oder 6 Kastadien. Ein Apfel. Möchtest du einen Apfel? Hör auf, der küsst dich noch. Ein Prinz ist dran. Oh, der riecht das schon. Hast du ihn gekauft? Mönchen, das ist jetzt mal, wenn der Apfel zu kallen, dann ist der Himmel gekauft. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Vielleicht gar keinen Wurf. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Guck mal, das hängt ja noch ein bisschen in der Backe drin. Vielen Dank.